Am 3. Dezember wurde auf dem Gelände des Grand Hotels in Heiligendamm eine Kunst-Eisbahn eröffnet. Die 200 Quadratmeter große Fläche kann in erster Linie von Hotelgästen genutzt werden. Aber auch die Öffentlichkeit kann davon profitieren. Immer mittwochs ab 15 Uhr ist die Fläche frei für jedermann. 10 Euro sind für einen Erwachsenen fällig, Kinder zahlen die Hälfte. Die Schlittschuhe können dann im Grand Hotel ausgeliehen werden. Die Hotels sind immer auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmale. In Nürnberg und Mecklenburg-Vorpommern haben sie eine Eisbahn mit Meerblick. Und es erfüllt durchaus auch einen umweltfreundlichen Aspekt. Es ist ökologisch, sie hören nichts, keine Generatoren, sie haben keine Folgekosten, keinen Wasserverbrauch. Und das spielt letzten Endes auch nochmal auf das Konto der Attraktivität. Und von daher hat es eine große Bedeutung für uns, insbesondere auch für unsere Gäste, die es bisweilen sehr gut annehmen. Die Eisfläche besteht nicht aus Wassereis, sondern aus Kunststoffplatten. Dadurch wird weder Strom noch Wasser benötigt und die Bahn kann auch bei sommerlichen Wintertagen nicht wegschmelzen. Zu den weiteren Angeboten gehört auch eine Eisstockbahn und die Glühweinhütte auf der Kurhaus-Terrasse. Nächste Woche haben wir unsere offizielle Eröffnung mit Tanja Shevchenko. Darauf freuen wir uns sehr und es ist auch so ein bisschen ein Überraschungsmoment. Nächste Woche 17.30 Uhr. Lassen Sie sich überraschen, wie wir nächste Woche das Fulminant eröffnen. Über den Januar hinweg macht die Eislaufbahn eine kleine Pause. Danach kann sie aber wieder durchgängig bis Ende Februar besucht werden.